Joachim und die verschaffen wir das doch wirklich ich will drücken Warte genau leise 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 ich nehme den Typen der Sitz 2 3 3 Warte, 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 ich will die Schottie aufnehmen warum denn? Du hast eine coole Waffe ja, eine Shotgun links oder rechts ich bin noch gar nicht so ich nehme den rechts warte 1, 2, 3 das war sehr, sehr knapp haha, Loser warte video warum schalten Sie aus? ich habe die Tür aufgemacht ich habe noch eine kommst du überhaupt? ja, ich bin neben dir ich schlade nach jedem Schuss nach ich habe auch ok, du darfst Messer ich will, guck yeah komischer Typ schreit rum und die Typen oben interessiert das gar nicht nö, warum auch? scheiße ich nehme die Kamera ok, 1, 2, 3 ja, wie der rumschreit so, wie machen wir das jetzt? jetzt kommt die Stelle, wo wir mal verkacken ja schalten wir erst die beiden Typen aus und danach die Kamera sofort wir sollten erst mal, äh komisch, die Kamera guckt mich an, aber sie entdeckt mich nicht ja ich nehme den Typen mit links, du nimmst den Typen rechts und danach machst du sofort die Kamera bei mir stehen die in einer, also hintereinander ja, dann nimmst du den Typen da vorne, okay 1, 2, 3 1, 2, 3 ach, puh man kann gar nicht so schnell reagieren scheiß drauf, jetzt macht's Bogen du darfst rein Achtung, jetzt labert er wieder 500 Stunden ja, 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 ja ich glaube, das geht gar nicht oder geht das oh, lauft doch oh, lauft doch man greift er nicht hallo der Schindler ist jetzt gleich auch der steht da einfach haha ich kann auch Riech nicht töten von dem Ring und den Seiten um, weil wir einfach da hin der kommt kommt der jetzt nein dann gehen wir halt einfach zum Punkt der kommt, der kommt aber, Gott ja, ich hab schon gedacht, das fehlt wieder au ha ha okay, einfach atmen ich kümmere mich zum trouble alles okay man jetzt, weiter, weiter, weiter oh, jetzt lacht den Scheiß ich habe was abbekommen jaja jetzt weißt du wie das läuft nein du magst die Animation nicht ich liebe diese Animation ja ok können wir jetzt weiter nein so welche Waffe nehme ich denn hier ist eine G3A3 oh ich brauch nicht Mund Mö 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 Aua fress meine Pugel bleib einfach hier schnell geht's schnell doch da rein ich kenne der jetzt nicht da rein ich will aber sniperen was für eine Sniper vielleicht lag da auch rum los weiterfahren 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 hey wo ist die denn ah das markiert ich muss nachladen was hast du wohl wenn ich meinen eigenen mann abschieße wo bist du da oben einer nüden jäger hier wie geil geflogen ist er ist so ich schieße den kopf und er fliegt so vorne rum und fällt gerade mit so einem körper runter hier lag hier liegt noch eine svd wie war das noch gehen ist das genug so warum seid ihr schon so weit vorne ich gehe eigentlich bewegt mich an die ich mal gehört haben die weite gedrückt ok dann nehme ich doch lieber die rpk ja habe ich auch aua woher machen warum haben wir keine money ich kann ich finde es wurde wie es hier von den snipern sogar ist eigentlich ich liege gerade und vermute bist du tot nein dann würde ich sagen dass ich tot bin bist du tot bist du jetzt tot ich bin ich bin ich bin der bildner alles voll verschwommen und du warum geht ihr auf mich und ich habe die und ich ja nicht musik ja ja ich dachte ich muss gleich nicht ausgeschaltet welchen darf steige ins fahrzeug da darf ich meinen haupt das ist bei der gmd-gmd-gmd auch die märkte mein halben wie es okay und einer auch aber hinterhalten wenn es an dieses Platz ich will an die Brücke ist gerade kaputt gegangen bei mir jetzt heilen die ganzen Kappen runter weil die Brücke eben immer kaputt geht die Straßen sind blockiert fahr doch einfach durch das ist eine Holztür ich mag irgendwie die animation wenn man aussteigt jetzt kommen die Gegner von links und rechts abstehen du läufst erst mal direkt an welchem Punkt bei ich hab's gemerkt eigentlich will ich sterben und die Bedeckung die Bedeckung und von meinem haben wir Album gemacht er war mit der auch wechselt Ja weil es hat Bummen gemacht und das auch neben mir ist explodiert jetzt gehen Aldi befasst sich wieder tot Jetzt kann ich schießen Munitionskiste Deiner Qualm, meiner auch Ey, ich wäre hier schon längst raus, aber die müssen ja so langsam fahren Müssen wir raus? Ja gleich, nein, guck mal, ich stehe vor mir ne, ich schieße auf ihn und er lebt nur auch mit einem MG Wecky, 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 wecky Ja, zum Glück habe ich noch die Sniphone, ey, warum wechselt der immer seine Sachen? Wo hast du die Sniphone? Die habe ich immer noch Warum bei mir wechselt der? Also bei mir nur Oh Ey, das ist so klar, ich sehe die, ich habe die sehen Loll, guck mal, da steht schon ne Artillerie Die ist doch gar nicht da, als diese Mission rauskam Siehst du, jetzt gehe ich auch hier hin und Er hat gewechselt Nein, hatte nicht Ich mag nicht Ich wusste, wenn du alles abkriegst Weißt du, der hier auch noch alles abkriegt? Aber ich, aber Der Typ vor mir Vorher kriegst du ihn ab, also Ja, komm hier, du Keiner Hör auf Ich will auch deine Wacht durchhalten Jetzt habe ich die RPK Ohne Muni Äh, ich habe keine Muni Öffne das Feuer Bist du tot? Bist du Draußen Oh, ich muss nachladen Immer wenn ich ansieße, kriege ich eine aufs Mauer Da hinten ist er Ah, du markierst die? Ja klar, damit du die siehst Ja, wann können wir hier raus? Halt er durch, schiebt noch ein paar 100 Meter entfernt Nein, schau Nein, schau Nein, schau Boah, mein Bildschirm ist kauf Meiner auch Äh, erstmal warten Ich sag erstmal Wildruhe schießen und nicht treffen Vielleicht weil du getroffen wirst Oh, wir auf dem Dach sind sie Oh, du bist Oh, moff Ich hör'n Geh' nicht Oh, die sind ja erlaubt Doch Sag' ich doch Hey, das Schild ist runtergefallen Hab' ich Oh, ja Komm' runter, ich will da rein Komm' schon Kann ich jetzt da rein? Komm' ich jetzt da rein? Geh' ich kurz steig' in den D Ich will da rein Ich lass' ne Ranate brauchen Jager Die см ist blutig Ich willst Plaid Ich hab' sie hier gelegt, hab' sie angesch Tomato Ich hab' sieoh Dann Bart Boo Vielen Dank.